Moin Leute, Scotty am Start, heute mal wieder Wobbly live, lange nicht gezockt, aber wir haben eine magische Pistole gefunden und da zeige ich euch jetzt mal, was die alles kann. Also erstmal gehen wir jetzt hier mal zur Mutter, ne zur Oma, Oma ist sie, glaube ich, ne? So, gehen wir mal die Oma besuchen und da gibt es die magische Knarre, zack, oma, die guckt da hinten aus dem Fenster raus, ja gut, und zwar müsst ihr einmal zu Omas Kühlschrank, Oma hat die Knarre nämlich im Kühlschrank versteckt. So Leute, jetzt habe ich mir das Ding einmal geholt, zack, im Kühlschrank bei Oma, ihr seht schon, jetzt habe ich hier die coole Knarre in der Hand. So, da ist sie, aber wie ihr seht, das ist auf jeden Fall ne magische Pistole. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was man damit alles so ansteigt hat. Upp, Fernseh weg, da wird ja auch der Fernseh weggezaubert. Okay, so, jetzt gehen wir mal raus, wie beim Jellyman so los ist. Und man kann auf jeden Fall lustige Sachen damit machen. Upp, Auto weg. Können wir noch ein Auto wegmachen? Noch ein Auto weg. Geht die Müllschonne auch? Zack, Müllschonne weg. Müllschonne weg. Müllschonne weg. Bobbycar behalten wir. Und machen wir auch weg. So, unsere magische Knarre kann natürlich noch ein bisschen mehr. Na, warte mal, was machen wir, wenn wir das Auto wegmachen? Oh, da sind welche drinne? Alter, die Heckklappe nur weg. Und, Auto weg. Achso, Leute, mit weg. Okay. Da kommt noch einer. Warte mal, warte mal. Entstehen bleibt. Auto weg. Alles weg. Also, richtig coole Knarre. Den Wobbly Life. Wo man ordentlich was mit anstellen kann. Ja, Gangster mit Knarre. Magische Pistole. So, okay, jetzt zeige ich euch mal, was man damit noch anstellen kann. Also, man kann nicht nur Sachen verschwinden lassen. Oh, guck mal, den können wir auch. Pass auf. Warte, guck, 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 guck auf die Farbe. Nee, das ist zu schnell. Wir können mit unserer magischen Knarre auch die Farbe ändern. Können wir schnappen uns mal den da hinten. Der will auch weg. Geht das auch bei ihm hier? Guck mal, jetzt haben wir hier einen gelben Hüpfball. Oh, Lila. Hoppika. Lila. Wer da hinten kommt. Ey, bleib stehen. Du bist jetzt Lila. Okay, das funktioniert super gut. Also, richtig coole Knarre. Man kann richtig viel Action damit machen. Aber den machen wir jetzt auch noch. Lila, komm. Okay. So, dann wollen wir mal noch gucken, was können wir noch? Können wir auch einen Haus-Lila machen? Eine Haus-Lila geht nicht. Zaun geht auch nicht. Baum? Baum geht auch nicht. Okay. Aber Lila Hüpfball, habt ihr schon mal Lila Hüpfball gesehen? Können wir wunderbar. Der hat sogar noch die Knarre in der Hand. Mit dem Hüpfball. Äh, da können wir dann auch noch schießen. Rutsche geht auch nicht. Okay. Okay, Leute. Wir suchen was Neues. Was wir machen können. Ah, pass mal auf hier. Gehen wir mal runter. Zack. Äh. Wie ist das Entchen da? Okay, geht auch nicht. Hüpfball geht. So, guck mal. Ich habe jetzt aber noch mal mehr Bock auf Rot. Machen wir ihn rot. Also Oma hat da eine richtig coole Knarre. Äh, eigentlich versteckt. Schild zeigt er eigentlich auch an, aber geht nicht, okay. Moped können wir aber auch noch Rot machen. Komm her. Zack. Ah, der rot ist Moped. Zack. Okay, aber die Knarre. Okay, aber die Knarre, Oma ist super Knarre. Deswegen ist Oma eigentlich auch die, die special person in Bobby Life. Die kann nämlich alles machen. Äh, da gibt es noch viel mehr. Machen wir Hüpfball, geht auch noch Rot. Äh, was können wir noch alles machen hier? Ach ja, dann kommen wir mal weiter hier. Äh, am Haus, da geht nichts. Wir müssen mal irgendwo noch hin. Ah, den war doch nochmal Rot. Jetzt fahren ja gleich nur noch rote Autos rum. Äh, bap, 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 bap. Aber das Schild zeigt er hier auch an, glaube ich. Ne, aber geht nicht. Schild geht nicht Rot. Äh. Okay. So, okay, Schilder geht irgendwie doch nicht. Wir gucken mal, warte mal. Wir müssen was anderes testen. Ne, genau. Äh, Taxi, Taxi, Taxi. Oh, wir haben es dupliziert. Dreimal, theoretisch. Äh, jetzt finden die Taxis. Au, 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 aua. Also Oma kann sich theoretisch, äh, jetzt sagen, ach, ich hab nochmal gedrückt. Nein. Jetzt, äh, ich darf nicht so oft drücken. Jetzt haben wir noch mehr Taxis. Und noch mehr. Ha. 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 Ah, jetzt wissen wir, was Oma den ganzen Tag macht. Die macht hier einfach nur Taxis, Taxis, Taxis. Aber jetzt, ich würde sagen, äh, da haben wir nichts mehr zu tun. Wir hauen ab. Oder warte mal, ich will nochmal checken. Für auch, äh, hier. Ne, geht nicht. Also ein Taxi, Taxi. Taxi ist immer gelb. Oder? Taxi geht nicht anders. Ist da ein anderes Auto noch? Da ist ein roter. Komm mal her. Der geht. Der geht grau. Okay. Also ein Taxi ist immer gelb. Ein Taxi muss gelb sein. Okay. Ein Wobbly muss ein Taxi gelb sein. Hey, hör mal auf jetzt hier. Also ein Taxi, äh, muss ein Wobbly gelb sein. So viel wissen wir. Das können wir nicht. Auch mit Omas, äh, super mysterischen Knarre. Äh, nicht ändern. Okay. Aber jetzt sind ja ganz viele Taxis. Äh, ich würde sagen, wir verschwinden hier mal kurz. Da haben wir nichts mehr zu tun. Was ist mit dem Fruchtzwerg hier? Gartenzwerg? Geht auch nicht. Okay. Also Taxis müssen gelb sein. So viel wissen wir. Da hat Wobbly eine feste Regel. Taxi gelb. So, dann verschwinden wir mal weiter. Oh, jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Mit unserem Jelly-Mann können wir nichts machen, ne? Nee. Okay. Äh. Ist noch ein Hüpfball. Ich habe jetzt noch mal eine andere Funktion. Ich habe doch den Hebel noch mal umgelegt. Von der Knarre hier. Oh, scheiße. Alter. Ha. Äh, wir haben jetzt einen Riesen-Hüpfball. Ah, ich habe ihn wieder klein gemacht. Okay, also Omas Knarre kann auch groß und klein machen. Äh. Oh, du Kotzkleid. Hä, hä, hä. Äh, Mini-Hüpfball. Oh, der ist ja süß. Können wir da auch rauf? Hä, hä. Jetzt sind wir auf Omas, äh, nicht auf Omas. Auf unserem Mini-Hüpfball. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Aber unsere Knarre, die... Hä, hä. Okay, das macht Laune. Das können wir machen, okay. Äh, Mini-Hüpfball. Ich glaube, wir gehen wieder runter. Äh, können wir ihn doch wieder größer machen? Warte mal. Warte mal gucken. Wir müssen genau zielen hier. Jo. Okay. Wir gehen noch größer. Oh, scheiße. Wegehauen. Alter, was ist das denn? Ja, mega Hüpfball. Ich glaube, wir können ihn auch wieder kleiner machen. Ah, okay, 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 okay. Das geht. Omas Wunderknarre. Äh, keine Einiges. Jetzt schwebt er hier. So ist er halt auch ganz cool. Können wir so machen. Der Wobbli hat vier Augen jetzt. Okay. Oh, oh, unsere Taxis. Ich wollte nämlich gerade zu den Taxis. Das geht auch mit Autos, denke ich. Was ist denn hier los? Alter, Alter. Was ist denn hier los? Komm, wir hauen da mal jetzt einen rauf. Zack. Oh nein, der ist riesig. Nein. Das müssen wir wegmachen. Oh, krass. Können wir noch lieber kleiner hier. Äh, klein. Äh, klein. Klein, klein, klein. So klein. Wir haben auch jetzt alles klein. Komm. Das kleine Auto, das kleine Ding. Jetzt fahren wir gar zu. Überhaupt nichts. Ist das geil. Die machen jetzt wie eine Blödsinn. Die fahren jetzt auf den super kleinen Dingern. Jo, ciao. Aber jetzt war... Ach, guck mal, hier ist noch so ein Ding hier. Warte mal. Komm mal her. Klein. Da müssen wir jetzt auch mal ganz dicht ran. Das ist aber super klein. Oh, oh. Der ist auch groß. Aber ich wollte gerade noch zielen. Zack. Ist schon ein bisschen größer. Riesig. Alter, scheiße. Zu groß. Aber der ist geil. Guck mal. Und da ist der Mini-Taxi noch. Der fährt ja auch noch rum. Okay. Ciao. Ich muss weg jetzt. Und das ist doch geil. Nein. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Oh Gott. Muss ich ja klein machen. Oh. Okay. Also man darf das mit der Pistole hier nicht übertreiben. Also man kann auch richtig in die... Oh, warte mal. Wo war jetzt groß? Wo war jetzt klein? Groß? Nein, klein. Und das war klein. Und jetzt kann ich mit dem Ding hier fahren. Guck mal, wie schnell der fährt. Ruhig. Tschüss, ich muss weg. Tillin, Riecher. Oh Gott. Nein, so geht das nicht. Ich muss raus. Ja, wir machen den groß. Okay. Der ist auf jeden Fall größer wie normal, oder? Ist ja die normal so... Nein, die sind normal nicht so groß. Ich geh mal weiter weg. Warte mal. Okay. Riesenteil. Riesenauto. Die muss weg. Die muss weg. Ich glaube, vielleicht backt sie richtig. Fliegt das? Das fliegt weg. Okay. Also, Omas Knarre macht richtig Laune. Kann mir der Katz hier auch was anstellen? Ah, nee. Hier. Mr. Wie hieß er noch? Warte, ich muss kurz gucken. Schon so lange her. Wir haben lange nichts wobbly gespielt. Triples. Triples. Triples, Triples. Ne, Triples macht nichts. Okay. Okay, Leute. Das war's. Super Gun. Von Oma. Aber pass auf. Wir müssen die... Wir machen hier zu viel Blödsinn. Geh nochmal auf einen super, super Mini-Mini-Karm. Guck mal, die fahren hier immer noch rum. Ach, die Scheiße. Okay, also wir haben jetzt ja echt ordentlich was zerstört im Wobbly-Live. Ist das Ding jetzt noch langsamer oder ist das schneller? Hier, der Zauberer ist auch da. Also, ich würde sagen... Hey, der kommt ja nicht mal mal in den Zauberer oder was? Ne, was schafft der denn jetzt so klein? Okay. So, Leute. Ich würde sagen, lass mal ein Like und ein Abo da. Aber wir lassen jetzt... Wir bringen die Knarre wieder zurück. In Großmutter das Kühlschrank, ja. Da ist sie am besten aufgehoben. Ja, Oma ist auch ganz sauer, glaube ich. Dass wir die genommen haben. Packen wir jetzt wieder rein, Leute. So, okay. Wir haben die wieder zurückgepackt. Aber haben wir auf den Chaos gemacht, ja. Okay, Freunde. Like, Abo nicht vergessen. Aber, okay. Also, die zeigt immer noch ihre Wirkung. Also, nur weil wir sie zurückgepackt haben, heißt nicht, dass alles vorbei ist. Die düsen hier immer noch rum. Wir sind raus. Ciao, ciao, Leute.